so gucken wir mal das letzte was sie erwarten ist ein angriff vom wasser aus fahr rüber zur straße und bleib im auto ich treff dich da wenn alles vorbei ist ich hoffe du weißt was du tust vertrau mir alles bald haben wir das alles hinter uns genau dass das mal den papa machen so schwimmen zu den docks elegant ins wasser gesprungen so gucken wir mal da sind schon die bösen feindliche zone komme ich denn da jetzt hoch klettern y ok gleiche dich an den gegner und verbirgt dich vor ihnen die gegnerische aufmerksamkeit wird von der weißen markierung in der bildschirm mitte angezeigt ok kommst du deinen opfern zu nahe oder machst du lärm weidet sich diese markierung aus dann werden die gegner anfangen nach dir zu suchen wenn du jemanden verfolgst machst du weniger lärm und hältst dich aus dem blickfeld der gegner raus während gegner nach dir suchen bleib in deckung sobald die suche endet verschwindet die aufmerksamkeitsmarkierung den wir das alte rollo abwackeln müssen und damit zu kriegen werden wir es tun wir hören erst auf wenn der alte mann dort ist er ehrlich und der andere kerr linken klee genau der diesmal wird uns nicht entkommen denkt ihr jungs denkt ihr komm her komm her hast du gesehen so schnell geht es der junge hat hinter sich so sieht's aus boy du auch erstmal die wumme nehmen dann den typen nehmen ok wir hätten erst den typen nehmen sollen und dann die wumme ist ja klar können wir den nicht reinschmeißen irgendwie doch können wir du natürlich auch was war denn das eben mit alligatoren drin doch die werden doch gefressen oder krasser scheiß guck mal da sind alligatoren wird die gesehen da alter wie ging das jetzt nochmal schnell so genau ich will ja die große wumme hier so ich habe die doch eben aufgehoben warum liegt die denn ach wir hatten eine knarre einstecken ok so wo müssen wir denn jetzt hin schätze mal irgendwie in das haus ach nee da ist ein böser ein böser dann könnten wir jetzt gerade so schön bämm kommen wir nicht in das haus rein doch doch kommen wir das sind doch bestimmt welche kann doch nicht sein dass da keiner ist wo läuft doch einer wo läuft doch einer das sind zwei wir hätten den alten mann schon längst umlegen sollen ich schätze der boss hatte angst dass sammy uns macht gar nur auf den hals gehälzt hätte der bleicharsch kümmert sich doch einen scheiß um so einen ausgelutschten nigger solange das geld reinkommt ist es macht gar noch egal wer es überreicht läuft doch nur irgendwo einer oder ich höre doch Schritte ich schnapp uns erstmal den Typen ich glaube es macht doch wenig Sinn irgendwo läuft hier einer ich höre ihn ganz genau ah pfeifen pfeife leise um eine gruppe von gegnern aufzuteilen oder fortzulocken komm her komm her ja komm her boy und zack den hat es übel erwischt würde ich sagen so wo ist denn da noch einer wo ist das hell das sind noch welche ah da drüben auch noch oh eine ganze gruppe shit wir probieren es erstmal da vorne noch das garantiert auch noch was hier oder besser irgendwo hinkommen da ist keiner ah ja ich würde mich ja so gerne hier umgucken ob es da was zu sammeln gibt oder so wer kommt denn da shit 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 den hab ich übersehen mal her alter boah das macht voll laune das macht richtig spaß ah können wir die da irgendwie anlocken natürlich ein gewitter was sonst aber wenn die alle drei herkommen habe ich auch gelitten ne aber wir probieren es mal ah ne es kommt nur einer okay komm her boy komm her jetzt wird's blutig oh okay alter jetzt geht's ab ja muss er aber nicht heute lade ich denn nach also dann will ich nicht die wumme ich will die andere hinterher da kommen sie jungs schwanzluzscher ha 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 schwanzluzscher hast du hast du oh je 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 shit mir geht die munition aus ja mach mal ja mach mal cool 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 so es ist du denn komm her oh üble sache üble sache das nachladen ja wie soll ich denn ah ich muss kurz drauf drücken okay die hab ich ganz schön platt gemacht die boys kann ich denn nirgends ah so kann ich springen okay so dann gib mal her die wumme hier okay so sonst noch jemand ohne hier ja ich will die knarre die ist viel cooler kann ich da auch wechseln ne kann ich nicht so die seiten meine ich die schulter den schulterbereich so dann gucken wir mal hier drin nö es scheint wohl nicht so wo muss ich denn eigentlich hin muss doch da hoch ne mal an da wo der gelbe kreis ist da gibt es irgendwas zu holen also in dem häuschen hier ah ja hier geht es ja auch rein so ja ja ah ok boah jetzt kommt das ist eine gute Sache scheißkerl uvo onion butter fick dich war ein großer Fehler im hollow aufzutauchen das solo gehört einem trahige sie einem feigling und verräter schwarze grüten keinen weißen löchen der mann von dem du sprichst hat mich aufgenommen als ich nicht wusste wohin du bist nicht besser als er wow wenn das mal nicht alles gesperrt wird irgendwie auf youtube ich kann es mir nicht vorstellen die üble Sache ist das du kette kuschon du schweine und schmor in der halle beruhig dich ich soll mich beruhigen wie soll das gehen er hat mich gefangen gehalten eingesperrt tag und nacht mich verprügelt und missbraucht ich verfluche dich du monster dich und deine ganze vermottete sind schon es tut es tut er kann dir nichts mehr tun es ist vorbei es ist vorbei es ist vorbei wie kann so etwas jemals vorbei sein Pajam verrückte Haitianer im herrnst was zum torf